Also wenn ihr das Video schaut, müsst ihr eigentlich mega motiviert sein, zum aufräumen und putzen zu gehen zu Hause. Willkommen zu einem neuen Vlog von mir, zu Vlog 4.15, glaube ich. Heute ist Dienstag, ich fange ein bisschen früher an mit dem Vlog, diese Woche. Irgendwie, ja. Aber es ist schon Abend und ich habe schon gearbeitet für heute und bin jetzt schon rennen gewesen, eine Viertelstunde. Meine Strecke ist nicht so lang, jetzt hüpfe ich unter die Dusche und nachher mache ich mich dann fertig. Weil heute Abend ist date night. Ich und Oli haben das Jubiläum. Wir sind heute sechs Jahre, oder heute vor sechs Jahren, haben wir gesagt, wir sind zusammen. Genau. Und wir gehen fein essen. Ich freue mich. Aber zuerst gehe ich duschen. Ich freue mich. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich bin mich jetzt schon wieder am abschminken. Jetzt sieht man mal den Unterschied. So geschminkt und nicht geschminkt. Es war ein mega cooler Abend. Ich bin gar nicht scharf. Oh nein, das liegt am... Ich gehe ja ins Bett. Damaris, ab bis zuerst. Subito la bamba. Du, hallo? Es war ein mega cooler Abend, Joli. Ja. Fein gegessen. Ja, es war so fein. Danke, Papi. Irgendwie habe ich auf der einen Seite des Auge immer weniger schminkt drauf als auf der anderen. Aber es sieht genau gleich aus. Beim zweiten Auge pappst du einfach die Hälfte drauf. Ja. Ich weiss auch nicht, warum. Das Meersäule, die ich umgetauft habe. Die ich Tät getauft habe. Apropos Tät. Schauen wir noch eins. Ja, wenn du... Ja, wenn du dann auch bereit bist. Okay. Damaris, du hast eine Spinnenwuppe. Wo? Eine riesen Spinnenwuppe. Sicher nicht. Wo? So, von diesem Balken hier hoch. Aha. Ja. 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 Das ist gut möglich. Wir legen jetzt noch eins oder zwei. How much more? Und nachher gehen wir gleich Pause. Hallo. Oh mein Gott. Es ist Samstag. Und ich gehe am 12. immer noch ein bisschen rum. Läuft bei mir. Ich habe heute nichts Wichtiges vor. Wirklich keinen einzigen Termin. Was ich sehr gut finde, mal die Zeit für mich zu nutzen. Was ich noch machen sollte, sind, die Meersäule ausmisten und meine Studiowohnung aufräumen, weil es einfach ein bisschen das Chaos ist. Immer durch die ganze Woche nehme ich mir nicht so Zeit, um aufräumen. Und dann am Wochenende ist das meine Hauptbeschäftigung. Ja. Das wäre es. Mir gibt es jetzt noch nichts zu sagen. Wenn wir uns angeht, dann kommt es gleich wieder, wie das aufhören. Dann kommt es wieder. Wenn wir uns mit dem, wir es so sagt, dass die Unterschenkarte in der Mitte ist. Und dann kommt es wieder, dass wir es noch mal. Und dann Orthokumung sind. Und dann kommt es wieder auf die Planungsmache. Und dann wird es so schnell, wenn wir es noch nicht kommen. Und dann kommt es eben daypunkt. Wir gucken mal wieder. Wir gucken mal wieder. Und dann kommt es wieder! Ja. Und dann kommt es wieder. Bis zum nächsten Mal. Das sind die zwei jüngsten Mitglieder auf unserem Hof. Die sind gestern Abend auf die Welt gekommen, Zwilling. Die sind in der Welt gekommen, Zwilling. Die sind in der Welt gekommen, Zwilling. Die sind in der Welt gekommen, Zwilling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020